Mehr als 1500 Studien allein bei PubMed zur Wirkung von Ashwagandha gelistet sind, darunter viele mit Goldstandard. Du schreibst auch, dass die Ashwagandha zu den 32 medizinisch aktiven Pflanzen hört, die ja weltweit am stärksten nachgefragt sind. Jeder, der angefangen hat, den Wurzellextrakt dieser Pflanze einzunehmen, wird sich besser fühlen und mit Stress besser klarkommen. Nebenwirkungen sind unbekannt. Die Heilpflanze ist seit Jahrtausenden erprobt. Die hat eine Intelligenz, die unser Verstand überhaupt nicht begreifen kann. Also ich würde sie deswegen als Götterpflanze bezeichnen. Also vom lieben Gott, vom Himmel gefallen, um den stressgeplagten Menschen der heutigen Zeit optimal zu unterstützen. Ashwagandha ist jetzt in der Ayurveda Lehre die beste verjüngende Pflanze und die nennen das Rasayana. Rasayana sind Verjüngungsmittel. Da steht Ashwagandha an erster Stelle. Sexualfunktionen stärkt sowohl bei Frauen als auch bei Männern, dass die Spermienqualität und die Anzahl der Spermien bei Männern immens wächst. Teilweise um zwei Drittel nach vier Wochen Ashwagandha-Einnahme. Und dass in dieser Gruppe von den angeblich unfruchtbaren Männern sind über 20% der Frauen irgendwie schwanger geworden sind. Das ist ja wirklich jetzt ein riesiges Wirkungsspektrum. Du hast jetzt mindestens zehn Bereiche aufgezählt, wo es sehr hilfreich sein kann. Das sind bestimmt 30. Das sind ja auch Sachen, die viele betreffen. Stress hat jeder, Gehirn will jeder schützen, jeder will tief und gut regenerieren, schlafen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist John Schumann und ich interviewe heute Barbara Simonsohn. Und wir sprechen heute über die Pflanze Ashwagandha. Ich hatte ja schon einige Male das Vergnügen, die Barbara zu interviewen, zu verschiedenen Themen, zu tollen Heilpflanzen und Superfoods. Und heute haben wir uns die Königin des Ayurveda vorgeknöpft. Darüber hat die Barbara auch ein tolles Buch geschrieben. Ich zeige das mal in die Kamera. Das nennt sich Ashwagandha, Wirkung und Anwendung einer uralten Heilwurzel. Und darüber werden wir heute sprechen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich finde diese Pflanze sehr, sehr toll und sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Und ja, welche Potenziale sie hat, das werden wir heute erfahren. Noch kurz ein paar Worte zu Barbara. Barbara ist Gesundheitsberaterin, Seminarleiterin und Bestsellerautorin. Sie hat schon sehr viele Bücher geschrieben mit einer Gesamtauflage von mittlerweile über 600.000 Büchern. Das heißt, ja, das, was sie so schreibt, stellt bei den Leuten sehr, sehr gut anzukommen, über viele Jahre hinweg. Und genau, ich bin gespannt, was wir heute alles so erfahren werden. Barbara, was sollte man noch zu dir wissen, bevor wir gleich loslegen? Ja, ich finde, das reicht vielleicht noch, dass ich eben eigentlich von meiner Herkunft her Laien bin. Also ich habe politische Wissenschaften studiert, aber ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit dem Thema Ernährung. Und da ich von der wissenschaftlichen Ecke herkomme, schreibe ich auch nur über Pflanzen, wo die wissenschaftliche Datenlage befriedigend ist. Also wo es mindestens 500 wissenschaftliche Studien gibt, am besten zahlreiche mit Goldstandard, also Placebo kontrolliert, randomisiert und so weiter. Ja, und deswegen kann auch jeder, der meine Bücher liest, das immer alles nachprüfen. Also da hinten sind die Endnoten oder Fußnoten und die meisten gibt es ja im Internet. Ja, wer also der englischen Sprache mächtig ist, weil es die Studien sind eben alle auf Englisch, ja, der kann das alles nachvollziehen. Und das ist quasi mein Ruf, dass ich also nicht nur über die Volksmedizin schreibe oder über Anwendungsbeispiele, das kommt auch in meinen Büchern vor. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Ayurveda-Buch, auch über Konsumenten, also über Anwender, sondern das ist immer nur ein Teil. Das Wichtige ist, dass meine Aussagen wissenschaftlich überprüft sind. Und was ich sehr, sehr erstaunlich finde, ist, dass eben auch wieder bei dieser Pflanze alles, was die Ayurveda-Lehre schon seit 8000 Jahren weiß, das wird jetzt nach und nach von der Wissenschaft bestätigt. Also ich nehme das an, dass diese Menschen intuitiv mit der Seele dieser Pflanzen in Kontakt waren und die Seele dieser Pflanzen hat ihnen das mitgeteilt. Und der Rest waren dann natürlich Erfahrungen mit dieser Pflanze, aber man muss ja erst mal wissen, wofür die überhaupt gut ist. Und so machen das auch die Indigenen Nordamerikas, früher Indianer genannt. Das hat uns Wolf-Dieter Stoll darauf hingewiesen, dass auch bei allen Studien kommt unison heraus, eigentlich von den einzelnen Inhaltsstoffen ist diese profunde Wirkung nicht zu erklären. Das heißt, diese Inhaltsstoffe wirken synergetisch zusammen. Also sie unterstützen sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Und das ist natürlich besonders bei Adaptogenen, wie der Chisandra-Biere oder Ashwagandha jetzt oder Ginseng, koreanischer Ginseng, ist das der Fall. Ja, finde ich sehr spannend. Du hast es mit den Studien angesprochen. Du schreibst ja auch, dass mehr als 1500 Studien allein bei PubMed zur Wirkung von Ashwagandha gelistet sind. Darunter viele mit Goldstandard. Und du schreibst auch, dass die Ashwagandha zu den 32 medizinisch aktiven Pflanzen hört, die ja weltweit am stärksten nachgefragt sind. Und du lehnst dich ziemlich weit aus dem Fenster in deinem Buch. Und zwar schreibst du da auch, jeder, der angefangen hat, den Wurzellextrakt dieser Pflanze einzunehmen, wird sich besser fühlen und mit Stress besser klarkommen. Und Ashwagandha gehört zu den vielseitigsten Pflanzen, die ich kenne. Nebenwirkungen sind unbekannt. Die Heilpflanze ist seit Jahrtausenden erprobt. Ich betrachte den indischen Ginseng als intelligentes Superfood für alle Eventualitäten des Lebens. Mit Ashwagandha blüht der Mensch auf, als ob der lang ersehnte Sommerreden endlich auf ein ausgedörrtes Stück Land fällt. Wir kommen back to balance, zurück ins Gleichgewicht. Das ist ja schon mal eine große Ansage. Gerade in den heutigen Zeiten, wo viele aus dem Gleichgewicht sind und es viele Faktoren gibt, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, das würde ich sagen. Also dazu kann man sich ja insgesamt mal mit dem Thema Stress beschäftigen, weil diese ganzen Adaptogene ja die negativen Wirkungen von Stress reduzieren. Das ist ihr wesentliches Kennzeichnen ohne Nebenwirkungen. Ich kann das nachher dann noch im Einzelnen erläutern. Aber wir stellen uns mal vor, die Menschen in der Steinzeit, wir denken ja oft, die hatten mega Stress. Hatten sie auch, aber nur manchmal. Und dann haben sie entweder, sind sie zum Angriff gerannt oder sie haben sich zur Flucht ganz schnell auf den nächsten Baum zurückgezogen oder in die nächste Höhle rein. Das heißt, durch die körperliche Aktion haben sie die Stresshormone, Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin und so weiter, wieder abgebaut. Unser jetziges Leben ist wesentlich stressiger als das Leben unserer Vorfahren in der Steinzeit. Erstmal, weil wir früher nicht alles mitgekriegt haben, was auf dem Planeten stattfand. An Katastrophen, Naturkatastrophen, krierische Auseinandersetzungen und so weiter. Und weil in unserer Gesellschaft ein stressadäquates Verhalten, das heißt, ja, Angriff, den Chef vermöbeln, der sich uns unfreundlich gegenüber gezeigt hat. Oder fluchtartig das Büro verlassen, erst mal fünf Kilometer um Block joggen. Das sind gesellschaftlich sanktionierte Verhaltensweisen. Also da würden wir am nächsten Tag die blaue Karte im Briefkasten, den blauen Brief finden, das heißt die fristlose Kündigung. Wir bleiben sitzen und stehen und fressen unsere Wut und unsere Frust hinein. Und damit steigt dieses, können wir diese Stresshormone gar nicht wieder abbauen. Und die sind nur für momentane Hochleistung gedacht, aber nicht für dauerhaften Herumschwirren in unserem Körper oder in unserem Blut. Und Cortisol zum Beispiel ist ein Zellgift. Da können Zellen absterben durch Dauerstress. Wir können Demenz entwickeln. Wir können alle möglichen Krankheiten entwickeln. Es gibt überhaupt gar keine Krankheit, die nicht mit Stress verschlimmert werden kann. Und viele, viele Krankheiten werden durch Stress ausgelöst. Und dieser chronische Stress, dieser Dauerstress, das ist eben das, was uns normalerweise krank macht. Ich unterrichte seit 40 Jahren das authentische Reiki, eine Möglichkeit der Tiefenentspannung und für Stressabbauung. Aber das ist da im Pflanzenreich. Also Pflanzen gibt, die uns wie einen Schutzschirm gegenüber Stressfaktoren, dass wir Stress wahrnehmen, aber in einer Stresssituation im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte bleiben. Also das finde ich schon sehr sensationell. Deswegen habe ich Ashwagandha auch als intelligentes Superfood bezeichnet. Davon gibt es ganz, ganz wenig von den Adaptogenen. Und dass eben tatsächlich die Inhaltsstoffe dieser Pflanze im Körper herumschauen. Wo ist was aus dem Gleichgewicht, wo ist eine Überforderung, ist der Blutdruck zu niedrig, ist er zu hoch. Also etwas, was die moderne Wissenschaft auch gar noch gar nicht befriedigend erklären kann. Und für mich ist deswegen diese Pflanze wie vom Himmel gefallen. Tatsächlich wie vom Himmel gefallen. Die hat eine Intelligenz, die unser Verstand überhaupt nicht begreifen kann. Also ich würde sie deswegen als Götterpflanze bezeichnen. Also vom lieben Gott, vom Himmel gefallen, sage ich mal so. Um den stressgeplagten Menschen der heutigen Zeit optimal zu unterstützen. Und ich kenne eben keine weitere Pflanze, die einen gleichzeitig Energie schenkt und gleichzeitig mehr heitere Gelassenheit und innere Ruhe und inneren Frieden. Stimmt, du hast ja auch geschrieben, wo gibt es das schon, dass eine Pflanze, die als Schlafbeere, so die Übersetzung, zu einem schnellen und tiefen Schlaf verhilft und aber auch gleichzeitig Kraft und Energie schenkt. Also die scheint da wirklich sehr ausbalancierend zu wirken. Wo sie vielleicht nochmal einen Sonderstatus unter den Adaptogenen hat, oder? Ja, sie wird auch als indischer Ginseng bezeichnet, weil Ginseng gehört ja auch zu den Adaptogenen. Das werde ich gleich nochmal den Mechanismus etwas ausführlicher erläutern. Im Gegensatz zum Ginseng ist es so, dass da, wenn wir Ashwagand absetzen, also wenn wir jetzt sagen, ich mache das jetzt kurmäßig und dann mache ich zweimal im Jahr vier Wochen Pause mit der Einnahme, gibt es keine Entzugserscheinung. Und das ist bei Ginseng leider der Fall. Also dass wir uns dann unwohl fühlen. Und das finde ich so spektakulär, dass es also insofern den Ginseng noch toppt. Es gibt ganz, ganz wenig Adaptogene, also das zum Beispiel noch die Schisandra-Beere oder auch den sibirischen Rotwurz, Guardiola. Also wir haben, und das sind Pflanzen, die ganz, ganz, wie soll ich sagen, die haben ganz fiese Umweltbedingungen. Also entweder ist der Boden total nährstoffarm oder sie haben arktische Temperaturen, wie eben dieser sibirische Rosenwurz oder sie haben Trockenheit und Hitze ohne Ende in Hochlagen ganz schwierig, wie zum Beispiel Ashwaganda. Und da entwickeln, oder Schädlingsbefall, gerade in diesen Monsunländern, wo das auch noch feucht-heiß ist mit Termiten und so. Und da entwickeln diese Pflanzen Abwehrstoffe, beim Fall Ashwagandas sind es jetzt Vitanolyse vor allen Dingen, um mit diesen total stressigen Umweltbedingungen besser klar zu kommen. Und diese Eigenschaften, mit Stress besser klar zu kommen, um überhaupt zu überleben, diese Eigenschaften, die schenken sie uns, kann man sagen, die schenken sie uns eins zu eins. Das finde ich ziemlich spektakulär. Ja, du hast ja auch gesagt, sie sind sehr intelligent, vielleicht diese Pflanze nochmal besonders intelligent. Man könnte ja sogar sagen, auf gewissen Ebenen sind sie deutlich intelligenter als der Mensch und auf jeden Fall auch deutlich erfahrener. Also sie haben ja viel mehr Erfahrung als die Menschheitsgeschichte und können uns dann vielleicht dadurch auch gut weiterhelfen, gerade in diesen schwierigen, stressigen Zeiten. Ja, kann man sagen, die haben ein paar Millionen Jahre auf dem Buckel. Die erste Pflanze, die es überhaupt ja gab, war es waren die blau-grünen Algen im Meer. Und die haben vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren die Photosynthese erfunden. Und damit überhaupt das Leben auf diesem Planeten ermöglicht, wie wir das kennen. Also wir leben ja eben von dem, was die Pflanzen ausscheiden, von dem Sauerstoff und Kohlendioxid, was wir ausatmen. Davon profitieren wieder die Pflanzen. Und das finde ich so sensationell, dass wir diesen blau-grünen Algen im Meer, die im Moment immer noch mehr Sauerstoff produzieren als alle Wälder der Welt zusammen, dass wir denen das Leben zu verdanken haben. Vorher war die Erde ein Feuerball mit giftigen Gasen. Und das finde ich sensationell. Ich habe ja ein Buch über diese AFA-Alge geschrieben, diesen Einzeller, also vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Und das finde ich spektakulär, dass wir den Pflanzen, die Entwicklung zum Menschen und überhaupt die Entwicklung von Säugetieren und überhaupt von tierischem Leben, haben wir den Pflanzen zu verdanken. Und wir leben in Symbiose mit den Pflanzen natürlich, weil, wie gesagt, wir ja durch die Photosynthese sind wir mit den Pflanzen verbunden. Und das ist ein Win-Win-Game. Also wir leben symbiotisch miteinander. Ja, und das ist auch ein guter Reminder, dass wir auch dann auch vertrauensvoll und bewusst mit den Pflanzen oder mit der Natur umgehen. Aktuell geht da ja auch vieles in eher in gegenteilige Richtungen, aber ich denke, es ist nie zu spät. Nee, aber es sterben im Moment jeden Tag 150, etwa 150 Pflanzen und Tierarten aus. Jeden Tag so viel. Jeden Tag 150. Und deswegen ist es so, wir sind Teil, also wir sind Säugetiere. Wir sind Tiere, wir sind Teil von diesem ökologischen Netz. Wir sind nicht die, was weiß ich, die Herrscher des Universums und die Krone der Schöpfung. Und das ökologische Netz, Thema Artenschutz. Wir haben von den etwa 150.000 Insekten noch nicht mal die Hälfte benannt, geschweige denn erforscht. Und es gibt noch unzählige Arten, die wir noch gar nicht entdeckt haben, die aber gerade dabei sind, vielleicht auszusterben. Und deswegen, wir sind Teil von diesem ökologischen Netz. Und in meinen Augen wird das mit der Energiewende ein bisschen übertrieben. Artenschutz ist genauso wichtig. Wir wissen nicht, wenn das Netz viel zu dünn ist und überall nur noch dünne Löcher sind, dann rauschen wir durch diese Löcher hindurch. Dann ist unsere Existenz auf diesem Planeten beendet. Und deswegen sollten wir, in meinen Augen, es geht gar nicht um Artenschutz, dass wir irgendwelche Tiere und Pflanzen retten, sondern wir retten damit uns selber. Also unsere Existenz auf diesem Planeten hängt davon ab, dass das ökologische Netz stabil ist. Und wir sind alle eins. Also ich kann nicht sagen, ich bin hier und da draußen ist irgendwo die Umwelt oder die Natur. Ich bin ein Teil dieser Natur. Auch wenn ich das vergessen haben sollte, ändert das überhaupt nichts daran. Ja, und wir macht euch die Erde untertan. Das ist in meinen Augen, wenn das ist, missverstanden worden. Es geht nämlich um Verantwortung. Nicht, dass wir unser, oikos heißt Haus auf Griechisch, auf Altgriechisch, das unterher kommt Ökologie. Dass wir unser Haus instand halten. Dass wir Caring, dass wir also für alle unsere Mitgeschöpfe, ja, also stellvertretend für die uns mitsorgen und um ihre Existenz uns kümmern. Was Arbeit Schweizer sagte, Leben ist das, was Leben will. Und nicht nur wir wollen leben, sondern alle anderen Tiere auch. Und dann geht es eben nicht darum, dass wir mit Glyphosat die sogenannten Unkräuter, die in Deutschland Wildkräuter und Beikräuter sind, dass wir die alle platt machen. Und es geht auch nicht darum, dass wir alle Kühe im Sommer einschüren. Weil auf einem Kuhschlagen existieren bis zu 10.000 Insekten, bis zu 1.000 Arten. Und damit haben wir dann gleichzeitig die Wiesenvögel, wie den Kiebitz, haben wir in die Wüste geschickt. Und diese ökologischen Zusammenhänge, die sind ja mittlerweile bekannt. Und die zu ignorieren, so zu tun, als wenn uns das alles gar nicht angeht, das ist jetzt kein Irrtum mehr, weil wir das alles wissen. Sondern es ist ein Verbrechen. Also ist der Unterschied zwischen Totschlag und Mord. Und wenn mich einer tötet, ist mir das relativ egal, tot ist tot, ob das jetzt Mord oder Totschlag war. Aber in diesem Fall ist es einfach so, dass die Fakten ja alle auf dem Tisch liegen. Und nicht einfach zu ignorieren. Nicht nur Dummheit, sondern in meinen Augen auch ein Verbrechen. Und letztlich gegen sich selber. Also dummer, dummer geht es gar nicht. Das macht keine Tierart, außer uns. Auf dem Ast zu sägen, an dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen, das kennt man von keiner anderen Tierart. Die bringen sich nicht massenweise um mit allem, was sie haben. Ja. Bei den Bonobus, ich lese gerade ein Buch über die Bonobus, das sind unsere nächsten Verwandten. Das sind die Zwerchschimpansen. Da herrscht übrigens Matriarchat, so zur Info im Gegensatz zu den Schimpansen. Wenn die von der feindlichen Horde angegriffen werden, dann ist es so, make love, not war. Dass die Weibchen mit den Männchen Sex haben. Und das endet in einer ganz großen Party. Vielleicht könnte man das auch mal ein Beispiel dran nehmen. Ja, man muss ja nicht gleich auf Äußerste gehen, aber es ist schon. Inspirierend. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder weggepiept von wegen Jugendschutz oder so. Ja, ich hoffe es nicht. Ja, und auch diese ganzen Frequenzen kommen ja auch noch dazu. Wo das Insektensterben. Also, dass wir da mit eben auch, oder Windrädern. Ja. Uns das anscheinend, ich sag mal scheißegal ist, ob der rote Milan da an den Windrädern zerschreddert. Oder ob die Windräder gerade in der Linie von Zugvögeln liegen. Oder mit 5G jede Menge anderer Kreatur über Yorla gehen. Also schade ja uns selber und aber natürlich vielen anderen Lebewesen auch. Und das scheint uns, oder den maßgeblichen, die da Verantwortung für tragen, scheint das komplett egal zu sein. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder zum Thema Aschvaganda. Lass uns zurück zum Thema Aschvaganda gehen. Kurz und knapp, wie bist du denn auf diese Pflanze gestoßen und welche Erfahrungen hast du mit ihr gemacht? Ja, also gestoßen bin ich eigentlich diesmal nicht von mir aus alleine. Den Namen hatte ich vorher schon gehört. Da hatte ich mich bei dem Gedanken ertappt, wie, Mensch, das klingt ja wie ein wunderschöner Mädchenname. Aschvaganda mit so vielen A's. Herzchakra. Wenn ich noch mal ein Mädchen, jetzt bin ich aus dem Alter raus, kriegen würde, würde ich vielleicht meine Tochter so nennen. Finde ich traumhaft. Oder Artemisia, Alternativ. Artemisia auch schon, ja. Ja, finde ich auch. Aber Anua vielleicht nicht, die soll schon ein bisschen mehrjährig werden. Ja, aber es war tatsächlich so, dass der Narayana-Verlag auf mich zugetreten, zugekommen ist, ob ich über einen Kontakt, über eine Chefredakteurin von einer sehr, sehr guten Zeitschrift, für die ich ab und zu schreibe, ob ich nicht ein Buch über Aschvaganda schreiben möchte, weil es zu diesem Thema noch kein Buch gibt. Und nicht im deutschsprachigen Raum. Ja, und dann habe ich erst mal ein Produkt von denen ausprobiert, weil ich kann nur Bücher schreiben über Dinge, wo ich auch selber ein dickes Plus erlebe. In Lebensqualität, in Lebensfreude, in Lebensenergie und so. Sonst kann ich ja nicht bei Lisa sagen, das ist eine tolle Sache und ich merke nichts. Also das geht ja nicht. Dann hat sie mir so ein Präparat geschickt und ich habe tatsächlich nichts gemerkt. Dann habe ich sie angerufen, so nach vier Wochen, und gesagt, so sorry, aber, und da hat sie gesagt, das würden ganz viele Kunden so erleben, dass gerade dieses Präparat also überhaupt bei ihnen nicht wirkt. Und jetzt würde sie mir mal schicken, einfach das komplette Pulver der Wurzel, also wo einfach nur das Wasser entzogen ist. Und da habe ich von Anfang an ganz tolle Sachen erlebt. Also wie gesagt, viel längeren und besseren, tieferen Schlaf, bessere Laune mit Stress, das ist so an mir abgeperlt und so. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich natürlich zugesagt. Also das war, mittlerweile habe ich auch ein bisschen recherchiert über Ayurveda. Ich selber komme, habe eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Mein Yoga-Lehrer, Remo Rittina aus der Schweiz, der macht Ayur-Yoga, also ayurvedisches Yoga. Und deswegen kannte ich mich da ja schon aus, einigermaßen, dass es eine Gesundheitslehre ist, die bereits 8000 Jahre alt ist und so weiter. Und wenn jetzt Ashwagandha bei denen so eine Rolle spielt als Königin des Ayurveda, dann ist da auch was dran. Und das war mir natürlich klar. Ja. Und ich meine, die Pflanze scheint ja sehr, sehr potent zu sein. Wenn man mal in dein Buch reinschaut, da stehen da so Wirkungen drin wie Modulierung des Immunsystems, Reduzierung von Entzündungen, besseren Schlaf, hatten wir schon gesagt, Linderung von Ängsten und Stress, sehr gut für die kognitive Leistung und Demenzprävention und so weiter und so fort. Also da scheint ja schon sehr, sehr viel Wirkung da zu sein, worüber wir später, glaube ich, noch ausführlich sprechen werden. Kannst du vielleicht noch was sagen zu der Geschichte, der, also der Historie zur Ashwagandha, wie es früher genutzt wurde und auch zur Ayurveda an sich kurz? Genau, also sagte ich schon 8000 Jahre alt, dieses uralte Wissen. Ved heißt Wissen oder Weisheit. Ayus heißt langes Leben. Also Ayurveda ist die Lehre vom langen und gesunden Leben. Das Ziel des Ayurveda ist eine Balance von Körper, Seele und Geist. Die Gesundheit will man stärken im Ayurveda, Krankheiten vorbeugen und Krankheiten heilen. Also das sind eben sehr hohe Ziele, wo unser sogenanntes Gesundheitssystem ja noch nicht mal Krankheiten heilen kann, Geschweide, Prophylaxe und Gesundheit stärken. Das ist also eine ganz andere Dimension. Was aber so interessant ist an der Ayurveda, dass sie Gesundheit, körperliche Gesundheit betrachtet, als eine Voraussetzung für spirituelles Wachstum. Also es geht nicht um den Eigenzweck Gesundheit, sondern es geht darum, dass wir, ich habe da gedacht an Teresa von Avila, Sorge gut für deinen Körper, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Also es geht gar nicht um den Körper, sondern es geht um dieses Vehikelkörper, das dieses Vehikel für diese Inkarnation uns befähigt, unsere To-Do-Liste, unsere spirituelle, abzuarbeiten, was wir uns auf Wolke 7 vorgenommen haben für diese Inkarnation. Das Ziel ist also spirituelles Wachstum und auch Dienst am Ganzen. Wenn ich energetisch am Zahnfleisch bin, dann habe ich auch keine Energie, irgendwas für andere mitzumachen. Und das ist auch das Ziel des Ayurveda, also eben so fit zu sein, dass wir unsere Kräfte in den Dienst des Ganzen stellen können. Und in der Ashwagandha ist jetzt in der Ayurveda-Lehre die beste verjüngende Pflanze und die nennen das Rasayana. Rasayana sind Verjüngungsmittel, da steht also Ashwagandha an erster Stelle. Was steht noch drauf so für Pflanzen? Oder hast du es gerade nicht vor dir? Nee, habe ich jetzt nicht so präsent. Also Sattvic, Kapha, Rasayana genannt und Sattvic, also da gibt es die drei Doshas in der Ayurveda, Sattva, Rajas, Tamas. Tamas ist unterziehend, irdisch, aber auch erdend. Rajas ist so dazwischen und Sattvish ist das Höchste, weil es uns nach oben zieht. Also alle oberirdischen Pflanzen plus auch noch die Möhre sind Sattvish. Dunkle Schokolade ist zum Beispiel Tamas, durch die Farbe runterziehend. Aber wenn man weiße Schokolade ist, dann ist es Sattvish. Sattvish ist in der spirituellen Tradition Indiens also das Höchste, das wir dem Göttlichen uns annähern. Ja, und da ist jetzt Ashwagandha noch ein besonderes Rasayana, das nennt man Metya Rasayana, weil Metya heißt der Verstand. Und Ashwagandha ist besonders gut für unsere intellektuellen Fähigkeiten, für die kognitiven Fähigkeiten und für Verstand, Demenzprophylaxe, Alzheimerprophylaxe. Also es wird Kindern gegeben, die sich schlecht konzentrieren können. Wir würden sagen, die ADS haben. Es wird Älteren gegeben, die mit Demenz zu tun haben. Also nicht nur ein körperliches Stärkungsmittel, sondern besonders auf der mentalen Ebene. Ashwagandha wird auch Prusja genannt in der Ayurveda-Lehre, weil es die Sexualfunktionen stärkt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Also ich habe da in meinem Buch auch wissenschaftliche Untersuchungen zitiert, dass die Spermienqualität und die Anzahl der Spermien bei Männern immens wächst, teilweise um zwei Drittel nach vier Wochen Ayurveda-Einnahme. Und dass in dieser Gruppe von den angeblich unfruchtbaren Männern, dass da die Frauen, die konnten die besuchen und so weiter, dass da in der Versuchszeit, das waren nur ein paar Wochen, sind über 20 Prozent der Frauen irgendwie schwanger geworden. Also das war schon sensationell. Prusja stärkt die Liebe, du, bei Frauen und eben die Impotenz. Und Ashwa heißt ja auf Sanskrit Pferd. Und die Inder stellen sich das so vor, dass diese Pflanze uns die Kraft eines Pferdes oder sogar eines Hengstes vermittelt. Ja, kann man gut gebrauchen. Ja, die haben eben auch schon rausgefunden gegen Entzündungen bei Schwäche, mental und körperlich Hautproblemen, neurologischen Erkrankungen, Schmerzen, Verdauungsproblemen bei Krebs, Epilepsie, verbessert die Ausstrahlung, Herzrhythmusstörungen, Herzklappister überhaupt, Schildrückenprobleme, Immunschwäche, Wurmbefall, Schlafprobleme und Muskelschwäche. Also das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und ich kann nur sagen, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, habe ich erst mal allgemein so diese Kapitel, diese Themen abgehandelt. Und da habe ich immer gefragt, was sagt die Wissenschaft? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, welche die Studien alle vorliegen hatte. Und diese ganzen Indikationen, die die Ayurveda-Lehre schon seit Jahrtausenden kennt, die hat mittlerweile die Wissenschaft bestätigt. Also eins zu eins. Und ich wollte jetzt noch mal, ich habe das Wort ja erwähnt, adaptogen, adaptare heißt im Lateinischen angleichen, harmonisieren. Und der Begriff wurde geprägt 1947 bereits von einem gewissen Nikolai Lazareff, ein Russe. Diese Adaptogene wirken gegen Stress jeder Art durch ein bestimmtes Hitzeschock-Protein. Und zwar ist das ein Eiberstoff, ein Stresssensor, der also Stress misst. Und dadurch wird der Cortisol-Spiegel, das ist ein Stresshormon, runtergeregelt. Das Stickoxid, das ist ein freies Radikal, sehr schädlich auf die Dauer, wird runtergefahren. Die Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, werden geschützt und gestärkt. Die Zelle kann auch in Stresssituationen, wo die ganz oft schlapp machen, mehr ATP, also Adenosin-Triphosphat, produzieren. Dadurch bleibt auch die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit in Stresssituationen erhalten. Wir brauchen also da nicht in den Todstellreflex gehen, was manchmal nicht so hilfreich ist. Serotonin wird gefördert, auch in Stresssituationen, das ist also Stimmungsauffällen, Dopamin. Deswegen ist es auch eine wunderbare Therapie und Prophylaxe für Morbus Parkinson. Die Reparatur von der DNA wird gefördert, also von unserer genetischen Substanz. Krebsrisiken werden gemildert. Und was ich schon sagte, also Ashwagandha guckt überall im Körper rum. Die Stoffe, vor allem die Vitamilide, guckt überall rum, wo wird was gebraut, wo ist was außer Balance, wo ist was zu viel, wo ist was zu wenig und gleicht aus. Also besser als jeder Arzt sozusagen. Ja, deswegen zum Beispiel, ob ich eine schädere Überfunktion habe oder eine Unterfunktion, spielt für Ashwagandha keine Rolle. Es wird beides ins Blut gebracht. Ob ich Bluthochdruck habe oder einen niedrigen Blutdruck, das wird beides ins Gleichgewicht gebracht. Das finde ich also spektakulär. Ich habe einen niedrigen Blutdruck von 90, 60 und ja, ich möchte, das ist lebensverlängert, das ist sehr gesund. Alles läuft ja im Schuhengang. Man lebt ewig, hat das Gefühl, man lebt gar nicht, aber dafür lebt man dann ewig. Aber ich habe keine Symptome mehr. Ich bin trotzdem leistungsfähig, ich bin gut drauf. Ich kann eine sportliche Müsleistung bringen und so weiter. Und das ist ja der Punkt. Ja, und zu hoher Blutdruck wird runtergeregelt. Blutzuckerspiegel wird zu hoher runtergeregelt. Und das ist also sensationell. Ich habe schon erwähnt, wie Tannolide, man fragt sich, was ist das denn, noch nie gehört. Das sind sogenannte Steroidlaktone, was natürlich jetzt auch nicht so bekannt ist. Das sind bioaktive Substanzen. Etwa 130 wurden bisher entdeckt in der Ashwagandha-Wurzel. Und zwar regeln die Entzündungen runter, wenn bei übersteigerten Entzündungen, bei chronischen Entzündungen, der Körper, wenn wir chronische Entzündungen haben, Silent Information, wenn dann vielleicht ein Virus und ein Bakterium, wir damit konfrontiert sind, dann ist das Immunsystem leider schon beschäftigt mit diesen entzündlichen Prozessen. Und deswegen sind wir dann nicht fit. Also deswegen kriegen wir da alles Mögliche. Nicht im Herbst die Grippe und vielleicht wieder eine C-Grippe. So in diesem Stil. Krebszellen. Also ich habe ein Riesenkapitel über Krebs drin, was Ashwagandha alles prophylaktisch und therapeutisch bei Krebszellen macht. Das ist sensationell. Also sorgt erstmal dafür, dass sie gar nicht anheften können am Gewebe, dann können sie sich auch nicht vermehren. Bremst die Metastasierung aus. Die Menschen sterben nicht am Primärtumor, sondern an den Metastasen, an den Tochtergeschwulzen. Sorgt dafür, dass sie keine Blutgefäße bilden können und sich damit nicht ernähren. Die verhungern am langen Arm, kann man sagen, die Krebszellen. Wir produzieren nämlich jeden Tag zwischen 5.000 und 10.000 Krebszellen. Wir haben alle ständig Krebs quasi in Anführungsstrichen. Aber es geht darum, dass das Immunsystem fit genug ist, um die aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und dann führt es dazu, dass die Signalwege, wo sich die Krebszellen unter anderem verständigen, das ist wie ein Störsender. Das wird unterminiert. Also die können sich nicht mehr verständigen, die können nicht mehr Metastasieren und sich vergrößern. Also das ist ganz optimal. Blutzucker, wenn er zu hoch ist, und das ist heute die Regel, durch unsere Ernährungsweise, wird er runterreguliert. Der zu hohe Blutdruck, also der niedrige, wird natürlich nicht runterreguliert, sondern der zu hohe Blutdruck wird runterreguliert. Arteoskurose wird entgegengewirkt, indem diese Ablagen in den Arterien mit der Zeit aufgelöst werden. Ja, und dann wirken diese Vitamide auch noch antibakteriell, antiviral gegen Pilze, haben wir schon von der Ayurveda-Lehre gehört, wirken die auch neuroproduktiv. Also sie schützen unser Gehirn vor degenerativen Prozessen, sprich dem Angriff radikaler, was die Ursache ist für neurodegenerative Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbis-Parkinson, Demenz, Alzheimer. Ja, Prophylaxe eben von Demenz und Morbis-Parkinson, Prophylaxe wollen wir alles nicht kriegen, wir wollen bis zuletzt geistig fit sein. Epileptische Anfälle werden runtergeregelt, also die Wirkung ist auch entkrampfend, ausgleichend für die Schilddrüse, egal ob Hashimoto-Thorioditis, also diese Immunerkrankung oder eine Überfunktion, Unterfunktion, kalter Knoten, heißer Knoten, also das wird alles harmonisiert. Depressionen, also wirkt antidepressiv durch die vermehrte Aktivität von Serotonin, wird vermehrt ausgeschüttet, wohl für Hormone. Es wird sogar verjüngend, da haben also auch wieder die Ayurveda Menschen recht, seit über 8000 Jahren, wie gesagt, nämlich die Telomerase-Aktivität wird hochgefahren, sodass unsere DNA schön lang bleiben und die Verkürzung dieser Telomere wird mit verfrühten Alterungserscheinungen in Verbindung gebracht. Schlafprobleme, die heißt ja somniferus, somnus heißt auf Lateinisch der Schlaf, ferre heißt tragen. Ja, ich habe nicht gedacht, das ist das große Latinum, das ich habe, das ist noch zu was mit zu sein würde. Also sie fördert einen, das leichte Einschlafen, aber auch die Menge und die Tiefe der Tiefschlafphasen. Also es ist ja so, dass das Melatonin im Alter die Produktion abnimmt im Körper. Das ist nicht nur ein Antioxidant, sondern eben auch das Schlafhormon. Und ja, und da sorgt eben jetzt Ashwagandha dafür, dass wir diese super regenerativen Tiefschlafphasen, wo wir eben keine Träume produzieren, wo der Gehirn mal richtig still ist und sich regenerieren kann, dass diese Tiefschlafphasen wieder häufiger werden und länger. Ja, und das finde ich also ganz toll. Also wer Einschlaf- oder Durchschlafprobleme hat, der sollte das auch mit der Dosierung machen, wenn er zum Beispiel Kapseln isst, kommen wir noch zu, wir das anwenden können, dass er vielleicht nicht alle drei Kapseln gleich morgens sich rein tut, sondern vielleicht morgens zwei und dann vielleicht abends noch eine. Oder einen Teelöffel, ich kann auch gleich noch Rezepte erwähnen, wenn man das Pulver nutzt, wie man sich da so einen netten Schlafdrink zubereiten kann. Die Insulinausschüttung wird gesteigert, das heißt also es ist Diabetesprophylaxe. Testosteron-Spiegel bleibt bei Männern auch im Alter hoch. Und wenn dann nämlich, die haben ja auch so ihre Wechseljahr- oder Minopause, heißt nur bei denen anders, also bei den Männern, wenn der Testosteron-Spiegel zu weit sinkt, dann werden sie lustlos, apathisch, dann bildet sich so ein Rettungsring im Bauch, die Spermienproduktion wird runtergefahren, die Potenz leidet, auch die geistige Frische und so weiter. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, das habe ich also durch Studien belegt, die ich in meinem Buch da zitiere, dass der Testosteron-Spiegel, dass der hoch bleibt. Natürlich sollte man sich gesund ernähren und sich sportlich betätigen. Aber wenn man durch einen zu niedrigen Testosteron-Spiegel gar keine Lust mehr hat zu Sport, ist es ja auch problematisch. Wenn es sich aus Beschwerden bei Frauen, werden sozusagen gemildert, werden abgepuffert, indem da nämlich auch Phyto-Ostrogene drin sind. Und diese Phyto-Ostrogene, nicht, dass die Männer jetzt Angst haben, sie kriegen Busen, sondern die harmonisieren alles, das gesamte Hormonsystem. Ja, und das ist dann so, dass eben die, wenn die Eierstöcke keine Östrogene mehr produzieren, dann werden die Nebennieren getriggert, die auf den Nieren drauf sitzen, dann diese Produktion zu übernehmen. Sodass auch im fortgeschrittenen Alter die Östrogenproduktion hoch bleibt bei Frauen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Die brauchen da keine künstlichen Hormone mit den bekannten Nebenwirkungen, sondern sie können einfach Ashwagandha nehmen. Natürlich auch Kichererbsen. Und es gibt noch weitere Pflanzen natürlich mit Phyto-Ostrogenen. Als Salbe, das habe ich auch zitiert, ich habe auch ein paar Rezepte drin im Buch, wie man sich selber Naturkosmetika zubereitet. Dass eben Pigmentflecken, also die sind im Prinzip eigentlich Leberflecken, werden als Altersflecken tituliert. Aber so im Alter macht dann die Leber, ist dann auch nicht mehr so funktionstüchtig. Und dann gibt es eben diese, tatsächlich diese Leberflecken. Ja, und ich habe meinem Vater, der ist letztes Jahr dann mit 104 Jahren dann doch irgendwann gestorben. Und er hat bis auf ein Blutdruckmittel, hat er nur solche Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ich habe ihm das letzte Jahr auch Ashwagandha in seine kleinen Pillendöschen getan. Neben Seaxantin, Omea-3-Fettsäuren, Zink und was er da alles noch genommen hat. Ja, und da habe ich ihm nach Ashwagandha untergejubelt. Ich habe ihn natürlich gefragt. Und ja, und da kann ich sagen, dass dieses halbe Jahr doch an Lebensqualität und Lebensfreude, dass er dann auch noch wieder so einen kleinen Aufsprung genießen konnte. Das fand ich richtig toll, dass ich da rechtzeitig dann Ashwagandha kennengelernt habe, um meinem Vater in seinem letzten Lebensjahr noch besonders Lebensqualität, ein besonderes Niveau von Lebensqualität zu schenken. Also da war ich dankbar und froh. Ja, und das ist ja wirklich jetzt ein riesiges Wirkungsspektrum. Du hast jetzt mindestens zehn Bereiche aufgezählt, wo es sehr hilfreich sein kann, beziehungsweise auch viel mehr. Das sind bestimmt 30. Ja, das sind ja auch Sachen, die viele betreffen. Also es ist ja jetzt nicht so etwas ganz Exotisches von wegen... Epilepsie oder so hat natürlich nicht jeder, aber Atheistose hat jeder, Stress hat jeder, Gehirn will jeder schützen, jeder will tief und gut und regenerieren, schlafen. Tja, also jeder will heitere Gelassenheit, inneren Frieden erleben, in Stresssituationen, also gleichzeitig innere Ruhe und mehr Lebenskraft. Wer will das nicht? Das ist also wie Gehirndoping, aber ohne Nebenwirkungen. Da ziehen sich ja einige dann auch so allmöglichen, fragwürdigen Zeuster rein. Das geht ja bis Vekamine und bis Ritalin und so. Diese Brain Enhancer nennt man das. Also da habe ich Artikel ausgewertet, dass 17 Prozent aller Männischer sich mit so einem Zeuster dopen. Das ist ein Trend, der leider richtig ungut ist. Und da finde ich, dass wir jetzt dann lieber mal auf natürliche Mittel zurückgreifen, die seit Jahrtausenden abrupt sind und die eben keine Nebenwirkungen haben. Okay, dann lass uns über die Anwendung sprechen, oder? Also da steht ja zur Frage, welches Produkt, welches Produkt nicht. Genau. Welche Dosierung, dann über welchen Zeitraum, kann man es sogar dauerhaft nehmen, oder muss man immer wieder Pausen einlegen, Fragen überfragen? Also ich muss ja gucken, das muss ich dann vor das Gesicht halten. Stimmt, ich lerne aus Erfahrung. Das ist das Pulver, unauffällig. Man kriegt das, ich habe das von der Firma Unimedica, aber auch Sunway zum Beispiel, macht ja ein gutes Produkt. Ja, das ist also hier das Pulver, das ist sozusagen so die Art und Weise, wie das natürlich in der Ayurveda seit Jahrtausenden verwendet wurde, die aber auch an so hohe Mengen von Aschvergangene angepasst sind, dass die da mal locker zwei bis drei gehäufte Teelöffel in der Ayurveda nehmen. Nur mal so als Schlafdrink. Und da kann ich erst mal von abraten, dass wir uns da langsam so rantasten. Und die Alternative wäre, dass man das in Kapselform zu sich nimmt. Ich habe das hier auch von Unimedica. Und das ist ja eindeutig so, dass solche drei Kapseln tatsächlich viel weniger sind, als mal wegen zwei bis drei gehäufte Teelöffel. Also da kann ich sehr empfehlen, dass man da mindestens am Anfang, man kann sich ja langsam steigern, aber doch mal ein bisschen, ja, also einfach berücksichtigt, dass wir das noch nicht gewohnt sind. Diese Wurzel kommt aus Indien. Die wächst nicht von der Tür, die wächst nicht wild, die kann man hier nicht anbauen. Das sind Tropenpflanzen. Und das ähnlich wie, was weiß ich, Norieigen. Wenn ich jetzt dreimal in der Woche, die Japaner sind da von der Evolution hier angepasst an diese hohen Jodgehalte dieser Norieigen, dieser Meereseigen, wenn ich dreimal die Woche Sushi esse, dann handele ich mir auf die Dauer eine Überfunktion der Schilddrüse ein, eine Hyperthorioditis. Und da müssen wir mal ein bisschen gucken, wo lebe ich, was ist hier urheimisch, was wächst direkt vor der Haustür, also bei Brennnesseln und Salbei. Und so ist das natürlich nicht der Fall. Aber wenn wir da exotische Pflanzen in unsere Nahrung integrieren, dann fangen wir nicht gleich mit der Höchstdosierung an. Da kann ich schon sagen. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dass ich dringend also die komplette Wurzel, wo nur das Wasser entzogen ist, propagiere und nicht. Es gibt also auch ein Präparat, wo die dann so Werbung machen, das auch patentiert. Ein bestimmtes Vitanulid haben sie da rausgezogen und standardisiert, wie auch patentiert. Und da kann ich von abraten, weil, wie gesagt, es bei mir überhaupt gar nicht gewirkt hat und auch bei ganz vielen Anwendern überhaupt nicht. Und es ist so, dass zum Beispiel, wenn ich das Bromelain von der Ananas, wenn ich das isoliert zu mir nehme, ist es nicht optimal, weil besser die ganze Ananas, vor allem das Herz der Ananas, weil der Körper darauf seit Jahrtausenden eingestellt ist. Und wenn ich jetzt isolierte Stoffe, auch wenn die natürlich sind, natürlichen Ursprungs, wie in diesem Fall, nehme, dann habe ich diese synergetischen Effekte nicht. Ich habe, also die, wo die einzelnen Stoffe sinnvoll und gut zusammenwirken. Und ich habe sozusagen versucht, den in die Mott zu spielen, indem ich meine, dass das noch besser ist als die ganze Pflanze. Und das ist es nicht. Ja, und dann hat diese besagte Firma, also den Namen will ich jetzt lieber nicht nennen, dann auch noch die Dreistigkeit besessen, sich den Gras-Status selber zu, also sich einfach selber den Titel zu schenken. Da ist normalerweise die US-amerikanische FDA, Federal Drug Administration, für zuständig. Ja, aber Indien ist ja weit weg, also das ist richtig eine Frechheit. Und damit machen die Werbung. Also in meinen Augen ist das nur einfach aus kommerziellen Gesichtspunkten geboren. Diese Idee da, dieses eine Vitaminit von etwa 130, die bisher entdeckt wurden, da rauszuziehen und zu meinen, das ist jetzt das All-High-Mittel und das toppt alles und das ist viel besser noch als alle anderen Produkte. Nein, also dieses Pulver aus der Ashwagandha-Wurz ist ja nur einfach wie eine Rosine oder eine Backpflaume. Das ist ja einfach nur das Wasser entzogen. Aber sonst sind alle Inhaltsstoffe dieser wunderbaren Pflanze drin, in der natürlichen Gewichtung, in der natürlichen Zusammensetzung und in der natürlichen Gewichtung, Gewichtung, wo wir eben, also in Indien jedenfalls seit Millionen Jahren, sind da die Menschen auf diese Stoffe angepasst. Und da kann man nicht einfach einen Stoff isolieren und behaupten, das wäre jetzt noch besser. Also das finde ich eine Dreistigkeit. Ich finde das unspirituell. Und ich finde das auch nicht vernünftig. Also da kann ich nur sagen, Augen auf, also immer die ganze Pflanze bevorzugen und natürlich synthetische Sachen auch sowieso gar nicht. Also das ist ja so, dass wir das gar nicht als Körper erkennen können, was da im Chemielabor entstanden ist. Das ist jetzt bei dem Produkt nicht der Fall. Die haben es ja schon aus der natürlichen, aus der Wurzel. Aber die schmeißen ja 99 Prozent der Wurzel auch weg. Was ist denn das für eine Politik? Ich weiß nicht, wird die dann als Schweinefutter eingesetzt oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ich empfehle aus auch meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung von hunderten von Anwendern von Unimedica, empfehle ich tatsächlich entweder das Pulver oder die Kapseln aus der gesamten, aus der kompletten getrockneten Wurzel. Ja, das ist meine dringende Empfehlung. Ja, das Pulver könnte ich mir vorstellen, dass es für einige zu bitter schmeckt, also zu heftig, gerade wer jetzt vielleicht noch nicht so viel Wildkräuter und Bitterstoffe in der Nahrung hat. Deswegen kann man dann auch auf diese Kapseln zugreifen. Ich nutze zum Beispiel auch die hier von Sunday, da ist auch das komplette Pulver drin. Und lass uns nochmal kurz über die Dosierung sprechen. Also du hast gesagt, nicht gleich mit zwei, drei Teelöffeln anfangen. Also hier steht jetzt zum Beispiel drauf, eine Kapsel sind 500 Milligramm. Was sagst du, welche, wie viel Gramm ist am Anfang, kann man nehmen und wie viel ist so das Maximum? Hast du da Zahlen, Erfahrungen? Also ich nehme weiter einfach nur, ich bin mit ein oder zwei Kapseln angefangen und nehme jetzt einfach drei. Also das ist die empfohlene Dosis. Drei sind 1,5 Gramm dann sozusagen. Ja, aber es ist so, dass die Studien, also das habe ich auch immer die Dosierung in meinem Buch genannt, also was bei den Studienteilnehmern die beste Wirkung gezeigt hat. Und da kann ich sagen, bei den meisten Studien war es mehr, waren es 2.500 Milligramm. Und ich will deswegen das auch mal ausprobieren, dass ich jetzt, also mir jetzt nicht diese Unmengen von Kapseln da reintun, sondern einfach auch mal mit dem Pulver mehr experimentiere. Da kann man nicht ganz tolle, also wenn ich vielleicht das noch erwähnen kann, einen Schlaftrunk machen, einen Liebestrunk oder einen Tonik, also das heißt ein Stärkungsmittel. Und das geht natürlich nicht, da braucht man jetzt nicht die Kapseln aufdröseln, bis man dann mal einen Teelöffel hat, sondern man nimmt dann natürlich gleich das Pulver. Und da wollte ich das jetzt noch mehr in die Küche integrieren, also weil wenn man das jetzt mit Honig verrührt, wie das in der Ayurveda gemacht wird, und dann oder mit, man kann ja Alternativen nehmen, wie Kokosblütenzucker oder was weiß ich, Ahornsirup oder so, einen Teelöffel oder einen halben. Also dann schmeckt das auch. Ich habe ja ein paar Rezepte auch ausprobiert aus der Ayurveda. Und dann ist das wunderbar. Also das ist dann eben so eine Mischung zwischen Bitter und Nüss. Und das schmeckt überhaupt nicht schlecht. Ich weiß nicht, also soll ich hier noch was, das sind ganz kurze Rezepte, soll ich hier noch was Schlaftrunk oder... Ich würde sagen, du kannst die erwähnen und den Rest, also du kannst ja sagen, was drin ist. Und die genauen Rezepte finden die Leute ja in deinem Buch, würde ich sagen. Schlaftrunk, da wird empfohlen in der Ayurveda und das hat sich auch bewährt. Tasse warme Milch, man kann aber auch Pflanzenmilch nehmen, klar. Ein Teelöffel Ashwagandapulver, Honig, alternativ für die vegane Fraktion natürlich dann zum Beispiel Ahornsirup. Ist es aus deiner Sicht sinnvoll, auf einen sehr guten Rohhonig mit den ganzen Sachen zu verzichten? Ja, ich bin nur Vegetarierin, keine Veganerin. Und ja, ich weiß also guten Honig sehr zu schätzen. Da sind jede Menge Enzyme drin, Mineralstoffe oder so. Das ist also wirklich, wirklich ein Wunder. Man sollte da eben zum Beispiel auf deutschen Imkerhonig am besten Wert legen, weil der geprüft wird. Und dieser ganze ausländische Honig, also aus Kanada und so weiter, der muss nach der Gesetzeslage der EU erhitzt werden. Und da ist ja schon mal ein Teil der Enzyme flöten. Also nicht alle. Also deswegen empfehle ich deutschen Imkerhonig. Oder wir haben im Permakulturprojekt, wo ich da auch aktiv bin, da haben wir Imker, also Freizeitimker. Und wenn die, also ihre Honig, die verkaufen uns immer Honiggläser. Also da weiß man, was man hat. Ich habe denen auch schon mal Bescheid gesagt, als ein Volk sich ein neues Volk gebildet hat. Und im Pflauenbaum haben sie das dann gecatcht. Also ich finde jetzt immer das Schlaftrunk zu Ende. Also Honig oder alternativ, wie gesagt, anderes süßes Mittel, eine Prise Zimt. Dann lässt man das zwei Minuten köcheln und trinkt das eine halbe Stunde vom Schlafen, damit das eine Wirkung entfalten kann. Wer ein Stärkungsmittel braucht, nimmt ein Tee dafür Ashwagandha-Pulver, ein Tee dafür Ghee, das gereiche Butter, alternativ Pflanzenbutter, einen halben Tee dafür Honig, verrührt das alles zusammen und nimmt das als Stärkungsmittel zwei- bis dreimal täglich. Wie gesagt, Kokosblutensyrup kann man nehmen, Pflanzenbutter kein Problem. Wobei Pflanzenbutter sollte man auch genau hinschauen, was da so... Natürlich, dass wir da die Omega-3-Fettsäuren haben und nicht die Omega-6. Wir sind sowieso von der Ernährung schon Omega-6-lastig. Dann gibt es hier noch einen Liebestrunk für Aphrodisiakum, also für beide Geschlechter und alles dazwischen. 250 Milliliter Reismilch, eine halbe Avocado, ein Teelöffel Tahin, das ist Sesammus, ein Teelöffel Maka-Pulver, da sind auch Hytoöstrogene konzentriert enthalten, und ein Teelöffel Ashwagandha-Pulver. Das ist einfach in den Mixer und dann hat man einen Liebestrunk, bevor man dann, sag ich mal, zur Tat schreit. Und die restlichen Rezepte findet man ja in deinem Buch. Da gibt es noch verschiedene Smoothies, verschiedene Shakes, Tees, Tonics. Ja, und ich würde sagen, 80% meiner Rezepte, so viele sind es ja nicht, aber habe ich einfach aus der Ayurveda, weil ich denke, was die da seit 8000 Jahren, was sich da bewährt hat, da muss ich versuchen, das zu optimieren. Das übernehme ich einfach eins zu eins für meine Leser. Ja, okay. Nochmal kurz Zusammenfassung zur Dosierung und Anwendung. Also 1 bis so 2,5 Gramm, eher dann über den Tag verteilt sozusagen. Das heißt, wenn man Kapseln nimmt, sind das dann so zwei bis fünf Kapseln. Damit ist man gut unterwegs. Und ist aus deiner Sicht, spricht irgendwas dagegen, das dauerhaft zu nehmen? Wahrscheinlich hat man nach ein paar Monaten eh das Bedürfnis mal zu pausieren, oder? Ja, braucht man aber nicht. Braucht man nicht. Ich lasse auch meine Leber- und Nierenwerte. Immer alle halbe Jahr mache ich so einen DUT-Check, also so einen Test, damit ich weiß, ich bin ja immer ein Vegetarierin, dass ich mit allem bestens versorgt bin. Und dann lasse ich auch mal parallel dann gleich meine Nieren- und Leberwerte checken. Und die sind immer im optimalen Bereich. Und ich nehme jetzt nonstop seit über einem Jahr, also seit 14 Monaten, nehme ich jetzt Ashwagandha auf täglicher Basis. Ich habe es also extra auch schon im Koffer, damit ich das ja auch nicht vergesse. Und ich habe auch ein paar Tage mal extra ausgesetzt und ich habe gemerkt, irgendwas fehlt mir. Also das... Also nie mehr ohne. Das heißt... Das ist für mich ein super Lebensmittel, ein super Food. Ja, und wieso soll ich denn jetzt aufhören mit irgendeinem gesunden Lebensmittel? Das heißt, du wirst es auch noch die nächsten 50 Jahre. Eine Pause oder so. Da kommt ja auch kein Mensch auf die Idee, also da irgendeine Pause zu machen. Und deswegen ist das für mich nur ein super intelligentes Super Food. Und Food, also heißt ja Lebensmittel. Ja, und das ist... Ja, da habe ich auch in der Ayurveda-Literatur in der Englischsprache nichts gefunden, dass wir da irgendwie eine Pause machen sollen. Das heißt, du wirst es jetzt auch noch die nächsten 50, 60 Jahre einnehmen. Haha. Also ich rechte jetzt tatsächlich so ungefähr mit 30, weil ich ja gute Gene habe. Ich bin ja 70 und mein Vater wurde 104 und mein Opa eben 105. In guter Verfassung, ohne Demenz, ohne Krankheiten. Ja, und deswegen, ich habe noch einiges auf dem Zettel und deswegen ist es für mich Ashwagandha eben für die nächsten 30 Jahre, glaube ich. Höre ich damit nicht auf, sondern... Ja. Es ist auch sehr preiswert. Also ich sage mal, so was hier, wenn ich da mal so das benennen darf, damit kommt man zwei Monate längs. Da gibt es zwei solche Gläser-Special-Offer-Sonderangebot bei Unimedica für 29 Euro. Das heißt, dass man für 15 Euro im Monat, äh, nee, das ist ja sogar noch weniger, also ich bin kopfbrechendisch schwach, das sind irgendwie 8 Euro im Monat. Also das ist jetzt mal nicht so was, äh, doch luxuriöses und irgendwie so was wie, wie, was weiß ich, Hirschbast oder, ich meine, selbst, äh, voreigen, ne, da kostet man eben so 60 Stück, kostet irgendwie 24 Euro. Nee, also das ist total preiswert. Ähm, ja, und deswegen, ähm, kann das jeder sich leisten. Also es gibt da bei Unimedica oder Narayana, gibt es mittlerweile über 300, äh, Erfahrungsberichte von Anwendern. Es gibt natürlich tausende von Anwendern, aber nicht jeder stellt da seine Erfahrungsberichte zur Verfügung. Allein das zu lesen, ist inspirierend und dass sich das jeder leisten kann, finde ich also auch ein dickes, dickes Plus für diese Pflanze. Ginseng ist viel teurer und dieser indische Ginseng, der in meinen Augen sogar noch den Vorteil hat, dass man eben beim Absetzen keine Entzugserscheinung hat, der kostet nur einen Bruchteil von dem koreanischen Ginseng. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles, oder? Äh, der Rest, äh, wer noch mehr Informationen braucht, der kann das, äh, in deinem Buch nachlesen. Da gibt es ja noch viele weitere Informationen. Das war ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Ähm, und ich werde euch das Produkt, äh, das Produkt auch in der, ähm, Videobeschreibung verlinken, für alle, die da noch mehr erfahren wollen und auch die ganzen Rezepte und Studien und so weiter, ähm, sich anschauen wollen. Also vielen Dank, liebe Barbara. Und, äh, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Wir haben ja noch einiges auf der Liste. Mhm, ja, haben wir. Okay, dann bis, bis bald. Dankeschön. Viele Grüße an meine Zuschauer. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank.